Activision band von heute auf morgen meinen COD-Account und somit kann ich nicht mehr spielen. Und nachdem ich mich beschwert habe, war die Begründung also sowas von, aber seht selbst. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, mal etwas anderer Art. Viele von euch wissen, dass wir, wenn wir live auf Twitch unterwegs sind, auch mal Spiele spielen. Und wir spielen gerne Action-Shooter, weil man da mit der Community zusammen zocken kann. Und das macht eigentlich immer sehr, sehr viel Spaß. Und das machen wir schon seit Jahren. Und viele von euch kennen auch den Rechner, der dazu benutzt wird. Das ist nämlich hier die White Lady. Hier seht ihr sie im Hintergrund. Wir haben hier auf dem Kanal den Computer gemeinsam zusammengebaut. Und der ist ja nun mittlerweile auch schon über drei Jahre alt. Also von daher schon ein solides Baby, der wirklich gute Dienste leistet. Und nachdem der ganze Rechner zusammengebaut worden ist, ist der natürlich von mir installiert worden. Mit Windows und Zubehör. Unter anderem natürlich auch mit einer IQ-Software. Die ich brauche zur Steuerung von RGB und natürlich auch der Wasserkühlung. Es gibt natürlich auch eine Razer-Software, denn ich habe eine Razer-Maus, die ich benutze. Und von daher alles gut. Also was will ich euch damit sagen? Es sind die typischen Software-Sachen drauf, die jeder so auf dem Rechner hat. Und die eigentlich auch gar keine Probleme machen. Wir haben vor knapp fünf Tagen, als dieses Video hier erstellt worden ist, gemeinsam online gespielt. Natürlich Call of Duty Modern Warfare in der dritten Variante. So wie wir das eigentlich schon die letzten drei Jahre machen. Und es war ein wunderschöner Gaming-Abend. So wie immer. Jeder konnte sehen, wie ich gespielt habe. Denn ich habe das Ganze ja live übertragen. Und von daher alles gut. Den nächsten Tag waren wir wieder live und wollten, nachdem wir andere Spiele gespielt hatten, ebenfalls wieder eine Runde Call of Duty Modern Warfare 3 mit allen in der Horde spielen. Und ja, ich hätte auch gerne mitgespielt, aber urplötzlich steht in meinem Blizzard-Account, mein Profil ist gebannt. So. Da guckt man erstmal blöd aus der Wäsche, weil man damit ja überhaupt nicht rechnet. Also habe ich natürlich die dementsprechenden Links aufgerufen und wollte nur herausfinden, warum und wieso und weswegen mein Account gebannt ist. Denn irgendeine Ursache muss es ja haben. Ich habe leider keine Informationen großartig bekommen, also habe ich mich an den Blizzard-Support gewendet und habe dagegen erstmal eine Eingabe gemacht und habe mich darüber beschwert und habe gesagt, ich verstehe es nicht, warum bin ich gebannt? Ich bin mir hier keiner Schuld bewusst. Ich habe nicht gegen eure Community-Regeln, also über die Richtlinien oder so. Dagegen habe ich nicht verstoßen. Ich habe keine Sheet-Software auf meinem Rechner. Ich habe keine Programme, die in irgendeiner Form manipulieren auf meinem Rechner. Warum ist mein Account gebannt? Und vielleicht kennt das der eine oder andere von euch da draußen. Es kann ja durchaus mal sein, dass ihr euch ein anderer Spieler meldet, weil er der Meinung ist, ihr seid so gut. Ja, das nennt man Skill. Und ich sage mal, seit fast 25 oder mittlerweile sind es sogar schon fast 26 Jahren, spiele ich regelmäßig Action-Shooter. Und dann möge man mir eine gewisse Erfahrung ruhig mal zugestehen. Ein bisschen Erfahrung bringe ich da schon mit. Und natürlich spiele ich nicht gerade wie ein Anfänger. Aber das ist ganz einfach. Das macht die Zeit des Spielens. So weit, so gut. Alles gut, alles okay. Account ist gebannt. Ich habe mich an den Blizzard Support gewendet. Da hat es auch relativ schnell eine Antwort gegeben, die mir dann im Grunde genommen mitgeteilt haben. Hey, lieber René, das tut uns leid. Ja, aber wir sind dafür nicht verantwortlich. Die Accounts von Call of Duty Modern Warfare 3, die sperrt, wenn schon denn schon, Activision höchstpersönlich, weil das Spiel ja in ihrer Verantwortung liegt. Da dachte ich mir, okay, ist in Ordnung. Ich habe dann auch von denen einen Link bekommen und habe mich da hingewendet. Ich habe das Gleiche nochmal geschrieben, dass ich ganz gerne A, wissen möchte, warum bin ich gebannt? Was wirft man mir vor? Denn immerhin wirft man mir ja was vor. Wieso ich gebannt worden bin, vor allen Dingen bei welchem Spiel, denn ich kann hier an der Stelle schon spoilern, ich bin für Call of Duty komplett gebannt. Das heißt, 1, 2, 3 kann ich alles nicht mehr spielen. Sowohl online als auch offline. Und wenn man bedenkt, dass ich auch offline nicht mehr spielen kann, finde ich das eine riesengroße Schweinerei schon mal an der Stelle, denn ich habe für die drei Spiele richtig teuer Geld bezahlt. Ja, also das ist schon mal so vorwegzunehmen. Gut, dachte ich mir. Machst du eine Eingabe, da gibt es eine Beschwerdestelle. Nachdem ich mich durchgefummelt hatte auf der Seite von Activision, weil das findet man nämlich nicht gleich, und ich es endlich gefunden habe, habe ich meine Nachricht dorthin geschickt und bekam dann auch eine Antwort. Und diese Antwort, ihr Lieben, die möchte ich euch zeigen, weil das ist wirklich der Hammer. Schaut und lest mal selbst. Das ist die originale E-Mail, die ich von Activision zurückerhalten bekommen habe. Und das Lustige ist, ist, dass an dem Tag, wo die das geprüft haben, dieser Rechner aus war. Der war also gar nicht an. Das ist schon mal, ja, ich habe diese Anfrage bei Activision gestellt. Das war schon ziemlich spät. Habe dann den Rechner ausgemacht, bin ins Bett gegangen. Alles cool. Der war aus. Der war also nicht online. Und ich kriege dann diese E-Mail. Wobei ich der Meinung bin, das hat irgendeine KI generiert, weil das sieht nicht aus, als ob irgendjemand da sich ernsthaft mit dem Problem beschäftigt hat. Im Zusammenwirken und Prüfen mit dem Sicherheitsteam wird bestätigt, dass mein Konto dauerhaft gesperrt bleibt. Weil ich, und jetzt kommt der Hammer, weil ich eine nicht autorisierte Software benutzt habe und Spiele-Daten manipuliert worden sind. Lasst euch das bitte mal auf der Zunge zergehen. Seit drei Jahren spiele ich mit einem und demselben Rechner Call of Duty in der 1, 2 und 3 Variante. Die Software hat sich hier nie verändert. Natürlich Updates, ganz klarer Fall. Ja, das muss man schon mal machen. Und ich spiele ja nur Call of Duty Modern Warfare schon seit Release-Termin, also doch schon ein paar Wochen. Und da ist das keinem aufgefallen, dass ich angeblich irgendwelche Software benutze, die in der Hinsicht manipulierend auf das Spiel sich auswirkt. Also das ist der absolute Hohlen. Und das nächste ist ja, ihr müsst euch das hier mal in Ruhe durchlesen. Der untere Abschnitt, der ist eigentlich super toll. Activision kann mir nicht sagen, für welches Spiel es ist. Also wo ist irgendwas aufgetreten, was nicht den Richtlinien entspricht, kann mir Activision nicht sagen. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, die teilen mir auch nicht mehr mit, als das, was da oben steht. Ich muss ja, also, wenn ich des Betruges bezichtigt werde, das ich manipuliert habe, dann sollte man mir doch schon sagen, was mir vorgeworfen wird. Ich dachte eigentlich immer, in Deutschland gilt die Unschuldsvermutung und man ist so lange unschuldig, bis seine Schuld bewiesen worden ist. Activision soll mir das beweisen, was sie nicht mehr machen. Komme ich gleich dazu. Wie gesagt, die Entscheidung ist endgültig. Das fand ich auch schon mal toll. Damit ist das auch für die erledigt. Denn der nächste Punkt ist, ich kann keine Anfrage mehr bei Activision machen. Für die ist das Ding durch und ich habe nicht die Möglichkeit, mit meiner ID, die ich habe, mich in irgendeiner Form nochmal an den Activision Support zu wenden. Denn das habe ich gemacht. Und zwar bei der Konto-Wiederherstellung. Die haben es nicht mal mehr von Nötigkeiten, mir in den letzten drei Tagen irgendeine Antwort zu geben. Für die ist das Thema erledigt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und das Letzte, was hier drinnen steht, was auch super toll ist, ich bin Inhaber meines Kontos und damit bin ich für alles verantwortlich. Alles, was auf den Surfern bei Activision passiert, frage ich die Verantwortung. Ja, natürlich ist man in einer gewissen Hinsicht für seinen Kontoschutz verantwortlich. Das ist ganz klar. Man muss das sichern, man muss auch mal regelmäßig Pflege betreiben, Passwort ändern, etc. pp. Alles gut. Aber trotz alledem kann es sein, dass irgendein windiger Computerhacker das Ding sich mal zu eigen macht, es hackt und dementsprechend irgendwelchen Mist baut. Der Besitzer des Kontos sollte wenigstens von Activision darüber in Kenntnis gesetzt werden. Und zwar nachweislich. Er muss ja irgendwas in der Hand haben, um das quasi nachvollziehen zu können. Damit er erst mal weiß, ob er überhaupt in irgendeiner Form eine Verantwortung übernehmen kann oder nicht. Wie gesagt, das ist die komplette E-Mail. Mehr gab es dazu nicht. Auf gut Deutsch hätte ich mir das sparen können, weil ich bleibe gebannt, ich bin gebannt und damit ist halt gut. Ja, Activision, das könnt ihr ja so machen. Aber das ist doch wohl absolut lächerlich. Erstens, wie gesagt, ich spiele seit 25, 26 Jahren Computerspiele online im Action-Bereich. Ich habe noch nie gescheatet. Ich habe nicht mal Ahnung, was man für Programme dafür nutzen müsste, um überhaupt sowas zu machen. Und ich persönlich von meiner eigenen Einstellung sehe das auch vollkommen unattraktiv an, denn Cheating bedeutet für mich, dass ich mich selber betrüge, denn ich möchte doch so gut spielen, damit ich vielleicht mit der Beste bin oder relativ weit vorn bin in den einzelnen Runden oder für mein Team ein guter Mitspieler bin. Ja, das ist doch der Spaß an der Sache. Man will doch Spaß haben beim Spielen. Und wenn man natürlich sich einen gewissen Skill erarbeitet hat, dann spielt man natürlich auch besser als andere. Das ist ganz klar, aber das ist ein guter Wettstreit. Das macht man im Sport genauso. Wenn ich langlaufen fahre im Winter bei den G-Olympic, was weiß ich, dann ist derjenige halt der erste, der am schnellsten da hingefahren ist. Das ist nun mal so. Aber deshalb muss er doch nicht gleich ein Betrüger sein. Und Activision hat, wie gesagt, hier das so abgerundet und hat das so stehen lassen. Das ist Punkt Nummer eins. Ich finde das eine riesengroße Schweinerei, denn ich habe ein bisschen recherchiert und weiß, dass bei Call of Duty Modern Warfare 2 es Probleme gab mit IQ-Software, mit Razer-Software, mit Logitech-Software, also alles Software, die ihr braucht, um euren Rechner zu betreiben, die vollkommen harmlos sind, die hat Activision erkannt und hat dann gesagt, okay, das sind hier Software-Bereiche, die manipulieren unser Spiel. Der Mann wird gebannt, Thema durch. Unterirdischer Support. Ganz klar. Das ist absolut unterirdisch. Das geht gar nicht. Mir wurde nicht gesagt, was ich gemacht habe. Mir wurde nicht gesagt, wie ich es gemacht habe. Mir wurde nicht gesagt, wann ich es gemacht habe. Wo? Kann ja nur hier sein. Es sei denn natürlich, dass irgendjemand den Account gehackt hat. Aber selbst da, sagt Activision, das ist uns relativ egal. Wenn jemand deinen Account hackt, bist du dafür verantwortlich. Hä? Was? Wie soll denn das funktionieren, liebe Leute? Der Account liegt auf euren Surfern. Auf euren Surfern. Ihr habt da den physischen Zugriff auf die Surfer. Beziehungsweise könnt ihr durch eure Sicherheitsmaßnahmen meinen Account, der bei euch liegt, schützen. Und ich habe mal Geld dafür bezahlt, dass ihr den auch schützt. Denn wenn den jemand hackt, dann kann ich da nichts dafür. Der Account liegt ja nicht bei mir auf dem Rechner. Mein Profil liegt auf dem Rechner. Ja, klar. Aber der Account und die Kommunikation zwischen meinem Rechner und dem Surfer, die ist hier wohl eindeutig. Also was will ich damit sagen? Ich finde das eine riesengroße Schwanerei, denn ich bin mir keiner schuldbewusst. Ich habe nicht gegen die Richtlinien verstoßen und ich habe auch keine Software installiert, um irgendwas zu manipulieren. Ich persönlich hasse Sheeten, wie ist böse. Ist so, ich rege mich wirklich auf, wenn man wirklich erkennt, dass es Sheeter gibt und aufgrund der Jahre, könnt ihr mir glauben, ein bisschen hat man da schon Erfahrung und weiß, derjenige oder diejenige an den Spielern, die sind nicht ganz sauber, da stimmt irgendwas nicht. Ja, und wir sind ja auch, und das ist das Lust hier, wir sind ja auch immer vier oder fünf Mann, die das im Grunde genommen genauso sehen. Und auch bei dem Fall, dass jetzt hier mein Bann ausgesprochen wurde, ist es ja so, dass ich das Spiel online öffentlich gespielt habe. Also jeder kann da zuschauen. Jeder hätte sehen können, ob irgendwas nicht so aussieht, wie es normalerweise aussieht. Oder ob mein Spielverlauf, meine Dynamik irgendwie merkwürdig ist. Und das war sie nicht. Und das Lustige ist, ich habe Activision angeboten, beziehungsweise noch mitgeteilt, dass ich das auch noch online streame, dass ich also ein Streamer bin und dass ich davon auch ein VOD habe. Ich würde, und das ist von meiner Seite gekommen, ihn gerne zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, das war die Antwort und damit war es das. Und um zum Schluss zu kommen, dass das eine unschöne Sache ist, ganz klar, dass es einen Unschuldigen trifft, das ist auch schon der nächste Punkt, wo ich sage, Activision Support, da solltet ihr vielleicht eventuell mal dran arbeiten. Aber vermutlich hat das Activision gar nicht mehr nötig. Und das finde ich ehrlich gesagt bedauerlich. Denn machen wir uns mal nichts vor. Wenn das öfters passiert, dass aufgrund von IQ Software oder anderen Software, die ganz normal auf dem Rechner sind, ein Account gebannt wird, was machen denn die Spieler, wenn sie weiterspielen wollen? Die kaufen sich das Spiel nochmal, erstellen einen neuen Account und spielen dann weiter, weil sie Spaß am Spiel haben und sich gar keiner Schuld bewusst sind. Was man nicht bedenkt an der Stelle ist, dass Activision dann zweimal Geld bekommt. Das finde ich schon absolut furchtbar an der Stelle. Das muss ich euch so sagen, wie es ist. Und ich sehe nicht ein, dass wenn ich nichts gemacht habe, dafür bestraft zu werden. Und deshalb habe ich bei der Kanzlei BBS Legal in Köln nachgefragt, also das ist der Christian Solmecker und seine Kanzlei, und habe mich da schon mal telefonisch angemeldet, denn ich würde ganz gerne gegen Activision vorgehen und werde versuchen, mein Recht zu bestreiten, wenn es notwendig ist, auch bis zum Gericht. Denn warum soll ich für etwas bestraft werden, was ich nicht gemacht habe? Wie seht ihr das? Was habt ihr für Erfahrungen mit Activision und Sperren von COD-Accounts etc. pp.? Ich weiß, dass es da viele schon gegeben hat und ich weiß, dass Activision damals zurückrudern musste bei COD Modern Warfare 2. Wie sieht es jetzt aus? Habt ihr da schon Erfahrungen? Seid doch mal so lieb und schreibt es mir in die Kommentare und vor allen Dingen schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Aktion von Activision haltet. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe für das Jahr 2024. Bleibt mir auch weiterhin so gewogen. War ein sehr abwechslungreiches Jahr und ich hoffe, wir sehen uns gesund und munter beim nächsten Video wieder. In diesem Sinne, tschüss gesagt und reinjauen. Herr Bigel.